hallo grüß euch und wunderschönen guten abend 9 uhr 30 wie angekündigt gehe ich heute live zu dem thema dem angekündigten thema den mit vielen 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 herzen gewünschten thema sinnlichkeit und ich freue mich wenn du live dabei bist ich freue mich auch wenn du dieses video jetzt auf meinem youtube kanal nachtragend schaust und möchte dich aufs herzlichste begrüßen ja sinnlichkeit ein sehr wichtiges und wesentliches thema allen voran deswegen schon ein wichtiges thema weil das wort sinnlichkeit bei uns im sprachgebrauch gleich verknüpft ist mit sexualität und das ist nicht als synonym zu verstehen und es ist nicht das gleiche sinnlichkeit ist nicht notwendigerweise erotik und sinnlichkeit ist definitiv nicht sexuell sondern da kommen wir später dazu möglicherweise und ganz bestimmt meiner erfahrung nach die basis für eine erfüllte sexualität aber wir wollen heute von der sinnlichkeit an sich sprechen und die sinnlichkeit an sich ganz alleine mal betrachten ich möchte euch gerne berichten von meinen erfahrungen diesbezüglich und wie es euch verhelfen kann eure achtsamkeit auf die sinnlichkeit zu lenken um ein sehr erfülltes und gesundes starkes und vor allem auch verbindendes leben zu führen ihr wisst ich stehe dafür mut zur liebe das ist mein großer lebensslogan dass wir menschen hierher gekommen sind um eine einzigartige einmalige lebensaufgabe in die welt zu bringen und uns selbst zu verwirklichen warum meine gruppe heißt impulse für eine integre selbstverwirklichung liegt daran dass mir die integrität dass mir dieser wert so wichtig ist wir sind nämlich nicht allein auf der welt wir sind nicht allein in diesem universum und wäre es so dann dürften wir komplett nur unsere wünsche ziele und all das an allererste stelle stehen aber nein wir sind viele und wir sind alle gemeinsam also irgendeinen tieferen grund muss es ja geben dass wir so viele sind und dass wir alle gemeinsam sind und unsere lebensaufgaben haben immer alles alle einen kern drinnen der diese gemeinschaft fördern soll der diesen planeten der dieses menschsein fördern halten und heilen soll und jeder der mit schon in kontakt ist weiß dass lebensaufgaben ganz einfache und klare botschaften sind ja manche möchten zum beispiel das verhältnis von mensch und tier stärken andere wiederum die naturkräfte wieder bewusst machen mein wert den ich in der gesellschaft und in der menschheit stärken möchte ist die freundschaft also das wählen von nähe und vertrauen und aneinander gutes tun und aneinander wachsen das ist für mich der wert der freundschaft das heißt meine vision lautet die welt aus großer freundeskreis und so weiter und so fort und in diesem spielball dieser lebensaufgabe brauchen wir die wie soll ich sagen die katalysatoren wir brauchen die kraft dafür wir brauchen die hingabe dafür und die offenheit dafür diese lebensaufgabe erstmals zu erfahren zu erfüllen zu erfüllen wollte ich sagen und das war dann schon der dritte schritt sie zu erfüllen ja und wie kann uns bei all dem jetzt die sinnlichkeit helfen bei all dem was ich beruflich tue steht eines immer als basis da eine gesunde eine glückliche zeit als privat mensch das ist absolut wichtig für mich ein gutes ausgewogenes selbstfürsorgeprogramm ein programm das ich mir angedeihen lasse damit ich kraft habe am friedhof zu stehen und menschen zu trösten mit den passenden worten ich brauche die kraft um klar zu sprechen jetzt hier zu euch oder eben auch wenn ich meine ganzen anderen familien zeremonien halte aber natürlich auch in der praxis eins zu eins beim coaching beim training mit leuten beim beratungsgespräch bei den fußanalysen da brauche ich mich entspannt klar und in meiner inneren ruhe und um das zu erreichen brauche ich kein perfektes privatleben aber eines wo ich mich um mich selber kümmere und wo ich darauf achte dass mein körper die grundbedürfnisse erfüllt bekommt nach nahrung schlaf und wärme und dass meine seele und mein geist das bekommt was sie brauchen da gehört natürlich fortbildung bei mir dazu und freundschaft und nähe und jetzt kommt die sinnlichkeit sinnlichkeit ist ein körperlicher zustand und man kann es wirklich noch mal betonen sinnlichkeit ist getrennt zu sehen von der sexualität ich möchte dich einladen jetzt einmal wenn du nicht gerade mit dem auto unterwegs bist und das hörst sondern wenn du irgendwo entspannt sitzt wo du alleine bist möchte ich dich bitten jetzt einmal kurz deine augen zu schließen und mich auf einer kleinen erfahrungsübung zu begleiten wie sich diese sinnlichkeit diese intensive erfahrung denn anfühlen kann also schließ mal kurz deine augen und denk daran wie sich das anfühlt wenn du in der sonne liegst im urlaub am strand der wind streicht über deine haut du kannst die wärme spüren von der sonne es ist nicht zu warm du findest das angenehm die brise die meeresluftbrise streicht über deine haut und fühl das jetzt und hier in deinem körper wie sich das anfühlt und was es macht mit deinem körper es ist eine intensive erfahrung es ist eine präsente erfahrung jetzt und hier im körper und dein körper mag diese erfahrungen wo du voll und ganz spürst und im jetzt bist ok also das was du gerade erlebt hast das ist ein eindruck von dem was sinnlichkeit ist sinnlichkeit ist sehr stark auch verbunden mit dem gefühl von genuss genuss ist das wenn wir es wirklich erlauben können uns die zeit nehmen und wirklich ohne geistige widerstände zu haben in diesen sinnlichen fluss hineinfallen lassen dann kommt der genuss aber sinnlichkeit ist über unsere hautsinne über unsere ganzen sinne die wir haben die welt wahrnehmen mit der aufmerksamkeit nach außen zu gehen und uns davon berühren zu lassen es ist also quasi ein kraftvoller akt der wahrnehmung und so können wir auch wirklich verbindung eingehen verbindung mit anderen menschen hier haben wir dann wieder die nähe die wärme die zärtlichkeit also kuscheln gehört auch in den bereich der sinnlichkeit hinein und natürlich hier wieder die tür wenn es einen schritt weiter geht dann geht es in die genussvolle intensive und wunderschöne sexualität hinein und muss es aber nicht ich glaube da kommen wir jetzt dann gleich einmal zu den ganzen abers und verwirrungen die es entstehen lesen dass wir menschen nicht so locker mit der sinnlichkeit umgehen wie es in wahrheit gesund für uns wäre das heißt männer und frauen das geschlecht ist egal können diese reinen form von sinnlichkeit erleben und diese zarten berührungen die wir eben jetzt gerade beschrieben haben von der sonne vom wind erleben und auch in der behandlung in der körperarbeit zum beispiel bei der hawaiianischen lumi lumi nui massage wird genau damit gearbeitet dass der hautberührungspunkt auch ein sanfter sein darf und dass eben die menschen bei der behandlung einfach erfahren wie es sich anfühlt gehalten zu sein völlig frei von irgendwelchen erwartungen und bedürfnissen des berührenden menschen also sinnlichkeit will nichts sinnlichkeit ist einfach nähe ist einfach kontakt aufnehmen und berührt werden berührung nähe sinnlichkeit und schon kommt sie bei vielen von uns die scham also eines der widerstände warum wir darüber heute reden ist dass es blockaden gibt in der sinnlichkeit und eines davon ist eben scham und tabus also da könnte jetzt wieder viele türen aufmachen wie zum beispiel unsere religiösen prägungen unsere kulturellen prägungen wir sind hier in österreich sehr also mitteleuropäer und europäerinnen also wir sind nicht dieses lateinamerikanische volk oder auch keine südländer die ein bisschen einen natürlich auch dass das andere äußere klima einen anderen kontakt zu unserer haut haben ja das heißt wir sind so ein bisschen angezogener und ein bisschen zugeknüpfter das spürt man natürlich auch in diesem thema und die nahe verbindung zur katholischen kirche die in österreich sehr stark noch mit dem staat verbunden ist das merkt man hier natürlich auch das heißt das sind einmal zwei tabus die wir überwinden müssen um einmal ganz offen über sinnlichkeit und sexualität sprechen zu können und ja es ist sehr sehr schön wenn wir zwei menschen einfach einmal völlig neutral betrachten können und schauen was zwischen ihnen sich für eine energie aufbaut also sinnlichkeit hat unheimlich viel zu tun für menschen die aurasichtig sind mit unserer aura mit unserer außerhautwahrnehmung und unserem energiekörper das heißt die welt über unsere externen sinne wahrzunehmen wir wollen auch sprechen wofür diese sind auf englisch heißt sensuality gut ist und ein großer wert ist dass ich diese sinnlichkeit verwende und brauche wenn ich channele ich bin ja manchmal schon gefragt worden wie mache ich das wie kommen mir diese botschaften hinein die botschaften kommen dann wenn ich entspannt bin und konzentriert bin aber ich brauche nicht unbedingt die hundertprozentige entspannung weil die habe ich persönlich sowieso nie sondern einfach ein körperliches gefühl ja also sitzen ist bei mir sitzen oder liegen sind bei mir die besten arten um so einen zugang zu bekommen aber da ist jeder anders ja aber für mich sind sitzen oder liegen die positionen wo ich am meisten meine innere kraft sammeln kann und einen großen vorteil von dieser sinnlichkeit ist dass wir mit der erde stark verbunden sind also die sinnlichkeit gibt uns das gefühl voll und ganz im körper zu sein ein körperliches wesen zu sein viele viele eindrücke haben zu können genießen zu können und über diese verbindung mit dem planeten mit der erdkraft können eben diese großartigen botschaften und ideen in uns fruchten und in uns hinein fallen ein weiterer benefit also nicht nur dieses empfänglich sein für impulse intuition und außersinnliche wahrnehmung ein weiterer benefit ist die qualität der haut die haut wird ganz 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 weich wenn wir mehr und mehr uns darauf besinnen und verlassen was wir denn spüren da außerhalb von uns also die haut mag das und die haut dankt es uns dass sie zu hochform aufläuft und weich wird damit sie noch mehr aufnehmen kann letzteres weiche haut ist dann auch wieder bei der tür wenn man durch die tür der sexualität gehen mag auch kein nachteil weil du spürst dann auch viel viel mehr und nimmst viel mehr wahr die berührungen von außen und es ist angenehm eine weiche haut zu streicheln von der schönen weichen haut sind wir dann natürlich auch gleich beim thema schönheit eine natürliche strahlende schönheit kommt eben über die fähigkeit sinnlichkeit zu erleben und die welt offen wahrnehmen zu wollen und das wiederum ist eine entscheidung egal was uns im leben passiert ist was wir für blockaden und für traumatische schmerzhafte begegnungen haben wir sind mit hilfe manche also oft also wenn es traumates gibt bitte holt euch hilfe ich werde nicht müde das zu betonen dann können wir alles wieder in den fluss zurückführen dass diese sinnlichkeit wieder fließen darf und wir es erlauben warum ist das so schön und zu berührt zu werden weil wir an den anderen menschen einfach auch auf seinen tiefsten ebene erfahren können nämlich auch die dinge die er nicht sagt oder sie nicht sagt die gefühle in aller tiefe und die gedanken ströme werden uns leichter zugänglich für alle die therapeutisch arbeiten oder viel mit menschen arbeiten als coaches als trainer vielleicht auch als moderatoren als reporter ist es eben ganz wesentlich diese fähigkeit zu haben intuitiv und empathisch den anderen menschen wahrzunehmen und dafür hilft es sehr wenn wir diese sinnlichkeit einfach trainieren aktiv stärken und es hilft uns bei einer anderen sache nämlich beim manifestieren ja also einfach sinnlichkeit hilft uns komplett in der körperlichkeit anzukommen das heißt es macht uns passiv also wir müssen nicht immer aktiv herumrennen und etwas tun sondern einfach sitzen ruhen liegen an die dinge denken die wir erreichen wollen sie spüren als wären sie jetzt und über diese sinnlichkeit manifestieren also viele gute gründe sich mal über die sinnlichkeit mehr zu unterhalten warum ist es jetzt super und wenn die angst zuschlagt also ich sage die angst vor der angst die panik zuschlagt ist plötzlich nicht mehr so super was macht sinnlichkeit mit uns es macht uns sichtbar ich bin ja man sagt es immer wieder in st polten bekannt wie ein bunter hund das heißt ich bin durchaus hier in meiner stadt schon sehr sehr sichtbar allerdings dass ich jetzt so viel im internet herumhänge und so viele projekte genau jetzt wahr werden wo mein name da steht und mein gesicht jetzt letztens wieder am titelblatt von unserer lokalzeitung war und so weiter und so fort meine tochter hat auch gesagt die mama war schon wieder in der zeitung also ich bin jetzt sichtbarer als früher als jemals zuvor und dieses immer sichtbarer und sichtbarer werden macht natürlich auch etwas dass ich eben aus meiner komfortzone aus meinem absoluten privaten refugium halt auch immer wieder herausgelockt werde und es beginnen jetzt halt auch dinge die ich halt in der komfortzone nicht hatte und auch nicht vermisst hatte nehme ich gewisse messenger nachrichten und ab und zu eben verschiedene avancen von außen ja ich sage zwar dann immer wieder gut wenn mich nie jemand anpacken wird werde ich vielleicht auch beleidigt aber so richtig vermisst muss ich sagen habe ich es nicht ich vergebe nicht gerne körbe und ich sage nicht gerne 20 mal am tag ich bin verheiratet ich bin verheiratet nein danke ich bin verheiratet ja aber was macht das ich bin sichtbar man nimmt mich wahr als mensch der gerne anderen menschen etwas schenken möchte nämlich die hingabe und die liebe zum leben und das ist daraus halt auch anziehend auf dieser ebene okay ich sage ja zum ganzen package ich kann gut grenzen setzen ich kann nein sagen und nein danke in dem fall und ich muss niemanden böse sein deswegen ja aber ich setze mich bewusst damit auseinander und reflektiere drüber und spreche mit freundinnen ja das heißt für manche leute die vor allem auch menschen die ein übergriffstrauma erlebt haben oder deren grenzen oft verletzt wurden die machen sich weniger sichtbar die machen sich weniger sinnlich aus angst heraus diese unangenehmen konfrontationen dadurch herauf zu beschwören und da möchte ich ein deutliches wort sprechen wenn du in deiner körperlichkeit in deiner echten sinnlichkeit ankommst wovon ich vorher gesprochen habe ist die sichtbarkeit zeitgleich bin ich aber viel präsenter und spüre wenn etwas auf mich zukommt was mir nicht gut tut also ich spüre im bauchgefühl oder ich höre an der stimme dass diese messenger nachricht jetzt nicht ist hallo ich finde deine facebook seite super und kann ich einen kurs bei dir machen kann ich eine stunde bei dir buchen sondern was anderes will ja das spürt man dann schneller und darum dadurch sind wir auch in der sicherheit wir können nein sagen wir können grenzen setzen wir können das wir schaffen das ja das heißt mit unserer verbindung mit der erde mit der sinnlichkeit wächst auch unsere fähigkeit ein stopp zu setzen wie man gut üben kann stopp zu setzen das erzähle ich euch gerne in einem anderen video ja also was ist noch ein thema warum wir vielleicht nicht so gerne das wollen dass wir eben neid anziehen ja also das möchte ich auch einmal gesondert als vortrag halten was passiert mit mit neid und das ist nicht oft im neid drinnen ja auch unterschwellig der hass mit geschickt wird ja das heißt wenn ich jetzt sichtbar bin und sind und viele menschen mich wahrnehmen dann kann es schon sein dass man anderen damit ohne es zu wollen auf die zeichen steigt und sie verletzt dadurch dass man zeigt wie leicht es gehen kann und ganz viel eifersucht und hass kommt ja der hass kommt unbewusst ich sage nicht dass die menschen das absichtlich machen ja auch hier ist dann einfach die gleiche lösung dass du in deiner sinnlichkeit drinnen auch die kraft hast über deine fußsohlen an den planeten allen hass alles was dich trifft wieder abzulassen hier ist dann wieder eben diese psychohygiene von der ich eingangs gesprochen habe notwendig dieses selbstfürsorgeprogramm duschen mit ätherischen ölen patchouli hilft zum beispiel immens um sich abzugrenzen ich liebe tourmalinen schörl den trage ich immer am herzen wenn ich am friedhof reden halte also dass ich nichts übernehmen was nicht zu mir gehört und dass ich mich auch wenn es wirklich dann kippt und mal wirklich alles zu viel ist dann gehe ich sofort in den wald und brauche ungefähr 30 sekunden im wald und dann dann geht es wieder gut ja das heißt eine ganze liste von dingen die gut tun um wenn mal zu viel infos und zu viel energie in auf uns hineingeschwappt sind wir wieder diesen angenehmen neustart dieses in die mitte kommen machen können ja das heißt liebe menschen da draußen fürchten wir uns nicht davor in unsere größe zu wachsen die welt braucht uns jetzt die welt braucht unsere magie die welt braucht uns in ihrer offenheit es geben viele änderungen die kann man jetzt schon sehen beängstigende und wundervolle zeitgleich und wir schaffen das gemeinsam und wir schaffen das wenn wir in unserer einheit körper geist und seele wirklich in allen drei ebenen groß werden und die ganzen potenziale ausschöpfen 100 prozent ist super 100 prozent ist aber momentan vielleicht noch nicht ganz realistisch aber nähern wir uns schritt für schritt an und nutzen wir da alles wissen und können das auf der welt herrscht und nehmen wir die natur als anker und als kraftquelle ja persönlich mag ich abschließend noch sagen ich habe alles ausprobiert in meinem leben ganz schön viel blödsinn und dummheiten und sinnlichkeit ist für mich heutzutage wirklich das wesentliche geworden mit dem ich arbeiten kann ja also ich brauche diesen 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 wesenszug hätte ich jetzt fast gesagt aber diese fähigkeit um gut arbeiten zu können aber ich bin auch dankbar und glücklich dass ich es in einem erfüllten privatleben einfach anwenden kann ja und nie wieder in meinem leben als jugendliche habe ich das ganz gut ausprobiert wie das ist auch einmal one night stands und solche geschichten und wenn mein herz dabei ist dann ist es einfach besser und dafür braucht man halt ein bisschen zeit ja und da ist halt auch einfach wesentlich dass wir uns da entscheiden wie wir es denn haben wollen das ist auch wieder ein eigenes thema wir dürfen sagen was wir wollen und was wir nicht wollen das erwachen der neuen weiblichkeit ist ein großes thema und auch über das werden wir noch viel sprechen auf diesem kanal ja jetzt würde ich sagen jetzt fahrt ihr eh schon sehr fleißig und tüchtig beim zuhören ich freue mich wenn ihr erstens kommentare abgebt ich freue mich wenn es fragen gibt dass ihr die schreibt weil dann kann ich in den nächsten videos gerne darauf eingehen und wenn ihr mehr lernen wollt über diese ganzheitliche körperarbeit über diese zugänge dann könnt ihr gerne den kurs wie du entspannt deine ziele erreichst buchen oder die selbst für wirklich und für faule das sind video programme die euch schritt vor schritt dorthin führen und je mehr ich weiß was euch jetzt interessiert welche kernpunkte ihr vertiefend braucht kann ich euch diesbezüglich auch kleinere packages schnüren und ja hier bei mir in der praxis in st pölten gibt es zu allem individuell natürlich einzelsitzungen und einzelprogramme damit wir diesem wunder leben einfach einen großen schritt näher kommen solange wir noch leben ja und einfach unsere lebensaufgabe und unsere erfüllung und unseren genuss zustand wirklich finden können und die welt liebt es je mehr stunden am tag und am besten alle 24 wir in dieser verbindung und in diesem sinnlichen zustand sind umso besser ist das für alle beteiligten ja und somit wünsche ich euch heute noch einen wunderbaren sinnlichen abend die atemübung die ihr übrigens frei zugänglich auf meinem youtube kanal habt die hilft euch dabei euch einzustimmen und zu öffnen und macht die doch mal gleich so fünf bis zehn minuten in ruhe atmen legt euch entspannt hin und seid einmal total neugierig auf eure eigenen empfindungen und und auf eure wahrnehmungen von der umgebung was eure haut berührt und wenn ihr eine katze habt kann man da besonders gut am felder katze üben kontakt aufzunehmen und was zu fühlen was weiches und wer glücklich ist und einen menschen in der nähe hat mit dem er kuscheln kann dann kuschelt heute noch ganz schön und wenn du gerade keinen menschen zum kuscheln hast ich habe für diese zwecke immer eine super weiche kuscheldecke zu hause und einen großartigen teddybeeren und auch die lieben meine nähe sehr oder ich irre ok in diesem sinne ich freue mich wenn wir in kontakt sind wenn wir in kontakt bleiben ich bin gern für euch da und wünsche euch jetzt einen wunderschönen abend und sage als letztes wort schenkt der welt euer strahlen sie freut sich wirklich drauf ich freue mich von euch zu hören tschüss